Hallo meine Lieben! Na, alles gut bei euch? So, Mutti ist wieder am Start. Es hat wieder ein bisschen gedauert, bis ich mich vor die Kameras setzen kann, bis ich Zeit gefunden habe. Ja, die Ersten werden jetzt wahrscheinlich auch schreien, äh Mutti, wo ist die Jeansjacke? Es gibt ein Aufgebrauch-Video! Ja, das passt jetzt einfach nicht zum Outfit. Ja, das müsst ihr jetzt heute so hinnehmen. Mutti, heute ganz in schwarz, ohne Jeansjacke, aber Müll gibt es trotzdem. Es hat dieses Mal ein bisschen länger gedauert, bis ich meine Mülltonne voll hatte. Habe euch ja schon mal erzählt, dass ich euch nicht ständig dieselben Produkte in die Kamera halten möchte, auch wenn ich oft dieselben Produkte verwende. Ja, und deswegen hat es dieses Mal einfach ein bisschen länger gedauert, plus eben, dass es mir momentan einfach an Zeit fehlt. Ja, also ich weiß, dass es wieder ein bisschen Gerüchte gegeben hat in den Kommentaren. Trouble im Paradies hat es, glaube ich, gehiesen. Ja, ich lasse mir scheiden mal wieder. Und ach Gott, ach Gott, also, äh, ja, es gibt halt so Menschen, wenn die morgens nicht richtig Stuhlgang haben, ja, meinen sie, sie müssen ihren Dünnpfiff hier im Internet freilassen. Soll es alles geben, ist für mich auch in Ordnung. Ich kann euch sagen, mir, meiner Familie, es geht gut, ich bin verheiratet, ja, Kleinmäuschen ist noch nicht ausgezogen, ich arbeite noch, ist alles supi, ne? Aber wir wollen jetzt hier gar nicht so viel um den heißen Brei quatschen und Dinge in das Video mit reinbringen, die hier eigentlich gar nichts zu tun haben. Da ich aber mal wieder nicht weiß, wann ich dazu komme, das nächste Video zu drehen und ich habe viele Nachrichten von euch bekommen und viele haben geschrieben, ah, wir vermissen dich und I miss you too, okay? Ich vermisse euch auch, schätzeleins. Aber, äh, es wird bestimmt irgendwann wieder alles ein bisschen ruhiger und, ähm, ihr wisst es, sobald ich Zeit habe, melde ich mich bei euch und wenn ich Lust habe und ich mache das aber immer alles ohne Druck, ne? Aber das ist ja nichts Neues für euch. So, ich habe mir hier ein System gebaut. Ich weiß nicht, ob es hält, also es könnte sein, dass mir jetzt dann irgendwann der komplette, äh, Schminktisch entgegenfällt. Wir schauen mal, ob das funktioniert, weil ich jetzt nicht ständig die Tasche hoch und, ne, hier habe ich meinen Mülleimer und hier schmeiße ich alles rein und, ja, gucken wir mal, ob das funktioniert. Also, jetzt machen wir natürlich den obligatorischen Screenshot. Schicki! Okay, äh, und wir fangen mit einem Produkt an, was für mich ein absolutes Top-Produkt ist. Ihr wisst es, ja? Ich liebe Rituals, ich liebe die Sakura-Reihe, also die weiße Japanese Cherry Blossom Rice, Milchreis, irgendwas. Aber, äh, diese Reihe wurde abgelöst und zwar von Rituals of Karma, ja? Ja, hier, ich habe die Botti, Botti, die Botti-Butter habe ich gelehrt mit schwerem Herzen. Ich habe ein Backup von meiner Mama, ja? Viele von euch haben mir in meinem Hilferuf, Hilfeaufruf auch geschrieben, Sandra, geh einfach nur auf Rituals.com, ja, oder auf Amazon. Mäusekens, glaubt ihr wirklich? Also, wir wissen ja alle, dass ich nicht die Hellste vom Fach bin, ne? Das ist klar. Aber glaubt ihr wirklich, dass ich das nicht getan habe? Ich weiß, bei euch in Deutschland gibt es diese Karma-Reihe, ja, bei Rituals, aber hier in Amerika nicht. Also, ich kann auf Rituals.com, kann ich drauf und kann da wirklich alles kaufen, aber nicht diese Reihe. Und diese Reihe ist einfach theshit.com, thebomb.com, Uftala vom Allerfeinsten. Es gibt keinen Duft, der so sauber, seifig und pudrig riecht wie... Wie diese Kacke hier. Leute, Leute, das ist der Wahnsinn. Oh mein fucking goodness. Ich liebe dieses Zeug, ja? Und mal weg von dem Duft. Die Pflege ist der absolute Wahnsinn. Man hat eine babyweiche Haut. Der Duft hält wahnsinnig lange an. Also, wenn ihr da auch mal 24 Stunden nicht duschen geht, aus was für einem Grund auch immer, kann ja immer mal was passieren. Er ist trotzdem da, ja? Es ist der Wahnsinn. Ich liebe, 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 liebe Rituals-Produkte. Aber das hier denke ich nicht, dass es jemals von irgendeinem neuen Produkt abgelöst werden könnte. Ja, also jetzt vom Duft her. Ich habe euch schon mal gesagt, wenn es einen Duft geben müsste, ja, wenn ich mich entscheiden müsste, wenn jemand bei mir an der Tür klopft und sagt, Frau Sarasani, ab morgen dürfen Sie nur noch nach einem Duft riechen, was jetzt Körperpflege angeht, ja, also Parfums da, da können wir, da, nö, nö, dann wär's das. Ja, mega, 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 mega toll. Viele von euch sind los, haben sich das Rituals-Set gekauft. Ich habe sie auch zum Geburtstag geschenkt bekommen von meiner Mom und ihr seid genauso begeistert. Both thumbs up. Ein nächstes Produkt, was hätte ich ein Favoriten-Video gemacht, wäre das Produkt definitiv in dem Video drin gewesen, jetzt ist es leer, jetzt zeige ich es im Aufgebraucht-Video, von Nivea, ein Duschgel und zwar Frangipani & Oil. Also, ich habe dieses Duschgel Ewigkeiten bei mir im Backup-Schrank gehabt, weil ich einfach, ja, so ein bis drei Duschgel zu Hause habe und dann ging eins leer und dann habe ich gedacht, ach komm, hängst du mal den Rüssel dran, ne? Äh, ja, Leute, also ich glaube, innerhalb von zwei Wochen war das Ding leer, ja, wenn man jeden Tag duschen geht. Man braucht es natürlich auch nicht viel, aber ich bin halt so ein Schaumopfer, ja, und habe ja noch einen Duschpuffel und, ja, immer schön drauf hier, sodass es schäumt, ja, dass man die Dusche gar nicht mehr sieht. Also, ich brauche Schaum, ich brauche Schaum, ich muss das einatmen, ich muss das inhalieren und dieser Duft, Leute, ooooh, er war so schön. Er war so, so schön. Ich weiß nicht, warum ich mir den für Herbst-Winter, naja, Herbst nicht, aber für die Winterzeit rausgeholt habe, weil für mich ist es eigentlich mehr ein Sommerduft. Er riecht schön, aquatisch, frisch, ein bisschen sportlich, sauber, also mega, mega angenehmer Duft und es steht ja drauf, Rangipani und Oil, was bedeutet, es waren so kleine Ölpärchen drin. Ich weiß jetzt nicht, ob die auf der Haut geplatzt sind, ja, weil, wie gesagt, bei mir waren sie auf dem Duschpuffel, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwelches Zeug an mir habe, hängen habe, an mir habe, hängen habe? An mir gehabt habe, wie ich aus der Dusche raus bin, ja, also das spült sich schon alles schön ab. Die Haut war wirklich sehr gepflegt, ähm, ich reagiere mittlerweile sehr stark auf Duschgele, so, dass meine Arme und meine Schienbeine extrem jucken, ähm, das war hier nicht der Fall. Also ein ganz, 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 ganz tolles Duschgel, wo ich doch ein bisschen traurig bin, dass es, äh, leer gegangen ist, aber es macht nichts, ich habe, ich habe Backups. Ne, braucht ihr euch keine Sorgen um eine Mutti machen, ich kann weiterhin duschen, es ist nicht so, dass ich rumlaufe und stinke wie ein Iltis, aber solltet ihr das nächste Mal einkaufen gehen und ihr seht von Nivea, Frangipani and Oil, riecht da mal dran. Es ist wirklich ein ganz, ganz toller Duft. So, dann machen wir weiter mit einem Odee but Goodie. Lange habe ich es nicht verwendet, weil ich andere Produkte zu Hause hatte, ähm, die Produkte sind jetzt leer gegangen. Ich habe also wieder ein Haarspray gebraucht und habe mich, wie ich im Walmart gestanden bin, daran erinnert, dass ich von Horrible Essences dieses Haarspray ganz, ganz toll finde. Ähm, die Haare halten, sie haben einen schönen Glanz, es riecht wirklich sehr, sehr angenehm, der Duft bleibt lange in den Haaren, es lässt sich schön auskämmen. Ähm, also das ist für mich ein Produkt, was ich immer wieder nachkaufen werde. Ich habe jetzt auch wieder von Horrible Essences das eins, das ist das grüne, äh, Nummer 4, starker Halt und jetzt habe ich Orange. Ja, also das ist auch Nummer 4, starker Halt, aber mit Volumen, glaube ich. Ja, also finde ich, finde ich durch die Bank weg alle sehr, sehr, sehr gut. Es ist übrigens gerade die Lüftung angegangen. Ja, lasst euch davon nicht stören. Ich rede einfach ein bisschen lauter mit euch und ihr macht die Lauterchen ein bisschen näher hier am Laptop und so, ne? Kriegen wir schon hin. Auch Only But Goodies seht ihr nicht zum ersten Mal bei mir, aber das war jetzt das Produkt, was ich mir damals von Amazon gekauft habe. Das ist das, äh, Rosenwasser von Rosens. Äh, das sieht die Flasche auch ein bisschen anders aus, weil normalerweise, normalerweise ist ja die Flasche komplett pink, ja? War aber das gleiche Produkt. Hier stand auch Tonic drauf, also Gesichtswasser. Habe ich wieder sehr, sehr gerne verwendet. Ich habe das Gefühl, dass meine Haut dadurch rosiger wird. Äh, Rosenwasser, rosiger, ne? Ähm, ja, ich verwende es sehr gerne, wenn ich, äh, eine Maske gemacht habe, ja? Also eine Feuchtigkeitsmaske, nehme mir das dann alles runter und gehe dann einfach nochmal mit einem Wattepad mit Rosenwasser so ein bisschen hinterher und ich liebe es, ja? Ich liebe den Duft, auch wenn viele sagen, es riecht nach Käsefuß oder nach Abflussreiniger. Für mich riecht es wirklich nach Rose und nach Honig. Ich mag es. Ich habe noch zwei Backups hier, äh, worüber ich sehr froh bin, weil wenn nicht, hätte ich mir das sofort wieder auf Amazon gekauft. Kostet bei euch, glaube ich, um die 6 Euro, ne? Kriegt man ja auch mittlerweile im DM und so. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Oder auch morgens, ja, nach der Gesichtsreinigung. Einfach so ein bisschen mit dem Rosenwasser hinterher, zwei, drei Minütchen warten, dann Make-up drauf. Es sieht einfach gut aus. Und es gibt mir so ein, ja, so ein gutes Körpergefühl einfach. Also ich wollte es nicht mehr missen. So, dann machen wir mit einem... Oh ja, das fand ich gut. Das habe ich mir letztes Jahr bei TK Maxx gekauft. TK Maxx, könnt ihr euch daran noch erinnern, wie ich euch den Haul hochgeladen habe. Das war das Clarifying Tea Tree Micella Water. Ja, also auf Deutsch Teebaumöl mit Zellenwasser. Ähm, ich fand das sehr, sehr, sehr gut, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass es so den letzten Rest nach der Reinigung aus den Poren rauszieht. Dass, wenn ich Rötungen hatte, Pickelchen, dass es meine Haut nochmal ein bisschen sauberer gemacht hat, ja, dass die Rötungen verschwunden waren. Also ich habe das sehr, sehr gerne verwendet. Kostet normalerweise, ich glaube, um die 8 Dollar. Und ich habe es für 2,99 Dollar gekauft. Würde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Ja, also sollte ich hier bei TK Maxx, TK Maxx, ich weiß nicht, wie das Ding hier heißt. Ähm, TK Maxx, genau, und bei euch heißt es TK Maxx. Nochmal sehen, werde ich es mir mitnehmen. Ja, also ich fand es gut, wenn man jetzt auf Teebaumöl nicht steht, sollte man die Finger wahrscheinlich davon weglassen, weil der Duft war schon sehr, er war stark. Ja, es war jetzt nicht so, klar, es ist natürlich verflogen, also es bleibt nicht den ganzen Tag auf der Haut. Aber es gibt ja so Menschen, ähm, die können gewisse Düfte einfach nicht. Gibt es bei mir ja auch, ja. Und da ist dann selbst eine Minute oder zwei ist einfach zu viel und zu lange, was ich nachvollziehen kann. Also für euch ist es nichts. Ob es es bei euch in Deutschland auch gibt, weiß ich gar nicht. Ich fand es super. So, ja, dann ein kleines Schmankerl. Ähm, und zwar von meiner lieben Martina hatte ich ja auch ein ganz süßes, tolles Geburtstagsgeschenk. Und da war eben so ein Schnabulierteilchen mit drin, ja. Und das war Marzipanbrot in Vollmilchschokolade, Kokosnuss. Ähm, dieses Teilchen. Ich habe es extra aufbewahrt, also für alle die, die auf Marzipan stehen und die auf Kokos stehen. Wie ist das beschreit, ne? So, so lecker. Also dieses Schokoteilchen war, glaube ich, so groß. Ich habe es in einem Tag gegessen, ja. Aber ich habe mir immer so kleine Reiterlein geschnitten. Also immer so ein Stückchen, ja. Und habe das dann schnabuliert und bin dann wieder auf die Couch oder habe dann irgendwie sauber gemacht. Und immer, wenn ich vorbeigelaufen bin, ist so ein kleines Stückchen im Mund gelandet. Und es war lecker, ja. Man hat die Kokosnuss rausgeschmeckt, aber nicht zu doll, sodass das Marzipan nicht mehr vorhanden war. Also sehr, sehr, sehr lecker. Vielen Dank nochmal, liebe Martina. Ich habe mich sehr gefreut. Ein Shampoo und ein Conditioner ist leer gegangen. Da muss ich sagen, das war ein Produkt, da war ich von, ja, von beiden Produkten, war ich nicht angetan. Also es handelt sich von Hask, 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 Organ Oil from Morocco. Einmal um Spülung, einmal um Conditioner. Der Duft war toll, ja. Also man hat wirklich dieses Moroccan Oil gerochen und ich mag den Duft. Ich finde ihn sehr warm, sehr angenehm. Was mir hier aber überhaupt nicht gefallen hat, war bei dem Shampoo, ja. Da steht auch noch drauf, Repairing Shampoo, ja. Also für angegriffenes, sprödes, trockenes, kaputtes Haar. Aber meine Haare, die waren wie so ein Knäuel, wie ich das Shampoo ausgespült habe, ja. Also das war alles total verfilzt und hat sich überhaupt nicht weich und geschmeidig angefühlt. Also fand ich nicht gut. Bin dann natürlich immer mit der Spülung hinterher. Und die Spülung hat dann aber dafür gesorgt, dass die Haare zwar geschmeidig waren, aber innerhalb eines Tages haben meine Haare nachgefettet ohne Ende. Was ich von meinen Haaren überhaupt nicht kenne, ja. Also wenn ich nicht stinken würde, ich sag euch ganz ehrlich, ich glaube, ich bräuchte meine Haare einmal in der Woche waschen. Und sie wären wahrscheinlich immer noch nicht fettig. Aber, wie gesagt, das hat gar nichts gemacht. Und dann hatte ich so ein Filzknäuel auf dem Kopf. Und das hat die Haare dann schön weich und geschmeidig gemacht. Aber die Haare waren dann innerhalb eines Tages total fettig. Was ich sehr unangenehm finde, ja. Weil ich finde, es sieht dann immer total ungepflegt aus. Und hat mir also nicht gefallen. Von mir, für meine Haare, keine Empfehlung. Ein Parfum ist leer gegangen. Mein geliebtes Spirit. Ja, ich liebe, liebe diesen Duft. Ich habe ihn mir... Oh, du bist so schön. Ich habe ihn mir damals in Deutschland gekauft, wie ich 2017 in Deutschland war. Weil, bevor wir damals Deutschland verlassen haben, 2013, war das sehr, sehr lange ein Alltagssignature-Duft von mir. Den man bei Müller-Rossmann-DM für sehr, sehr wenig Geld bekommt. Ich glaube, 3,95 Euro kostet der. Komm mit 30 Millilitern, meine ich. Und das ist so ein richtig schöner, weiblich, süßer, nicht zu süß. Ja, schon so ein bisschen sexy. Also, er ist toll. Er ist toll. Und, ja, ich habe einen Alltagsduft gebraucht, wie ich jetzt angefangen habe zu arbeiten. Ich liebe es einfach gut zu riechen. Da reicht mir Duschgel und Bodylotion reicht mir nicht. Es ist dann zwar immer nur eine Frage der Zeit, bis ich irgendwie nach Pizza und nach Peperoni und Knoblauch rieche. Aber so, wenn ich in den Laden reinlaufe, ja, da muss erst mal eine Duftwolke da sein. Und es war dann eben so mein Alltagsduft, wie ich angefangen habe zu arbeiten. Bin oft drauf angesprochen worden. Und zum guten Glück habe ich ein Backup. Denn meine liebe Karo Maus, ich grüße dich, mein Schatz, hat mir zum Geburtstag ein Päckchen geschickt. Und da war ein Backup drin. Habe ich momentan noch nicht in Verwendung, weil ich jetzt von Naomi Kempel diesen Dildo, den ihr da stehen seht, da drüben, ja, man kann sich aufs Kreuz verrenken, Sandra, ne? Oder man zeigt einfach so. Intelligenz vom Feinsten. Ja, auf jeden Fall bin ich da gerade dabei, eine Flasche zu leeren. Jetzt kann ich mit der Stimme wieder ein bisschen runter. Die Lüftung ist aus. Und würde ich mir aber jederzeit nachkaufen, ja? Das ist, wie gesagt, Spirit of Violet Kiss. Schaut da bei dm und Rossmann, also bei dm und Rossmann gibt es das auf jeden Fall. Und ich meine bei Müller auch. Sehr, sehr günstig. Schöner Duft. Hält jetzt natürlich nicht den ganzen Tag, ja? So, dass man das immer mal ein bisschen nachsprühen muss. Aber bei 4 Euro, nee. Das ist, äh, keine Beschwerde. Also nicht von meiner Seite. Ich sprühe da gerne nochmal nach und rieche dann einfach wieder gut. Dann, auch das habt ihr letztes Jahr in meinem TJ Maxx Haul gesehen. Und zwar hatte ich mir von Dermapudics ein Hyaluronic Lift Serum gekauft. Das Ganze kam mit 29,57 Milliliter. Ja, also was die Amis da immer mit ihren, mit ihren Angaben da haben. Macht's doch einfach voll bis 30. Oder macht 25. Aber dieses Komma-Geschnörkel-Dingsbums, das braucht keine Sau. Auf jeden Fall war das eine Glasflasche, ja? Und das Ganze kam hier mit einer Pipette. Ähm, war also vom Auftrag her sehr hygienisch. Nicht, dass man da immer, immer irgendwie mit den Händen dran musste oder so. Was mir persönlich egal ist, weil ich verwende meine Produkte und nicht komplett North Carolina. Aber es gibt ja manche Menschen, die achten da drauf, ja? Auf jeden Fall muss ich sagen, es war okay in der Sommer, äh, doch in der Sommerzeit, ja? Wie es relativ warm war. Da habe ich mir das immer aufgetragen, habe dann so zwei, drei Minütchen gewartet und bin dann mit meiner Tagespflege hinterher und hatte dann auch das Gefühl, dass meine Haut, ähm, gut mit Feuchtigkeit versorgt war. Ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendwie Feuchtigkeitsfällchen oder so, dass die verschwunden sind. Es sind jetzt auch keine neuen dazugekommen. Äh, aber es war jetzt nichts für mich, wo ich gesagt habe, ja, braucht man unbedingt. Im Winter dagegen war das für mich überhaupt nicht ausreichend, ja? Also ich habe mir das auf die Haut aufgetragen und hatte trotzdem ein sehr, sehr spannendes Gefühl auf der Haut, was ich nicht mag. Überhaupt nicht. Weil dann schreit die Haut ja noch nach Feuchtigkeit, nach Pflege, nach, ne? Help me! Help me! Würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Fand ich nicht gut. War damals auch runtergesetzt. Ich glaube von 6, 7 Dollar auf 4, 5 Dollar oder so. Ich habe gedacht, Hyaluron, ja. Äh, bin ja auch nicht mehr das frischeste Brot. Das frischeste Brot, genau. Das frischeste Brot auf dem Regal. Ähm, und so ein bisschen Hyaluron kann nicht schaden. Hat bei mir aber nichts gemacht. Ne? Braucht du Mutti nicht nochmal. Ja, dann ein Pröbchen, was ich sehr toll fand. Auch das habt ihr, zumindest die Stammschätzleins, vor langer, langer Zeit habt ihr das bei mir schon mal gesehen. Und zwar war das von Lancaster, äh, 365 Skin Repair Serum. Das ist so ein ganz kleines Pröbchen von Lancaster, was super angenehm riecht. Also ich persönlich liebe ja den Lancaster Duft. Ähm, hier. Kommt in so einem kleinen Probetypchen. Hatte ich auch von meiner lieben Caro zugeschickt bekommen. Das waren 3ml. Habe ich, glaube ich, für 4-5 Mal verwendet. Ja, also es hat gereicht. Natürlich, ich habe dann immer so gedrückt wie so ein Ochse, dass dann auch doch nochmal ein bisschen was rauskommt. Hab das dann immer morgens vor meiner normalen Gesichtspflege, ähm, auf die Haut aufgetragen. Wie gesagt, der Duft war schön. Es ist super schnell eingezogen. Und das war jetzt zum Beispiel ein Serum, was meine Haut nicht hat spannen lassen. Ja, also ich hätte jetzt wahrscheinlich gar keine Tagespflege noch drauf geben müssen. Ich hätte kein unangenehmes Hautgefühl gehabt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also das wäre ein Produkt, wo ich wirklich überlegen würde, mir da mal Full Size, ähm, das Serum anzuschauen, nach Hause zu holen. Aber ich habe momentan so viele Skincare-Produkte, dass ich mir da momentan nichts Neues dazu holen möchte. Ja, weil es ist nur eine Frage der Zeit, bis mir was kippt, bis, äh, bis ich was nicht mehr verwenden kann. Und das finde ich dann auch schade. Aber ich versuche das hier so ein bisschen im, im Hinterstübchen zu behalten. Was bei mir sowieso wieder verloren geht. Ja, weil, äh. Klappt einfach nicht. Ähm, aber das könnt ihr euch mal anschauen. Ja, oder auch wenn ihr zu Douglas oder so geht und es gibt so, so Pröbchen oder die fragen euch, ja, was wollt ihr denn? Äh, könnt ihr danach mal fragen. Also ich finde es echt gut. So. Dann habe ich ein paar Kerzen aufgebraucht. Ich habe sehr, sehr viele Kerzen aufgebraucht, aber die meisten habe ich einfach weggeschmissen. Ich fand sie gut, ja. Es gab jetzt aber nichts, äh, super Spektakuläres, wo ich mir gedacht hätte, oh, das musst du den Schätzleins zeigen. Da müssen sie alle weg und die brauchen das. Aber es gab ein Produkt, wo ich für mich gedacht habe, das braucht keine Sau. Und das zeige ich euch. Und zwar von Creations. Keine Ahnung. Ähm, ist es auf jeden Fall die Großrichtung Vanilla. Ja. Und das hat aus der Verpackung raus so, so schön gerochen. So richtig nach Vanillepudding und, oh, so wie man sich Vanille halt vorstellt. Mega schön. Ja, mega schön. Ich habe den Duft so gefeiert, bis ich ihn in meine Duftlampe reinhabe, denn ich habe ihn überhaupt nicht wahrgenommen. Also, das waren acht kleine, ja, wie so Blüten haben die ausgesehen. Hier hinten könnt ihr das sehen. Und egal, ob in meinem Wax Melt Warmer, also dieses elektronische Teil, oder in meinen Duftlampen, ich habe das, ich habe es nicht wahrgenommen. Ja. Und zum Schluss, sage ich euch auch ganz ehrlich, habe ich drei, vier Stück auf einmal, Hauptsache verbrannt und Hauptsache weg, weil wegschmeißen wollte ich es dann auch nicht. Das tut mir dann immer so ein bisschen weh im Herz, ne. Aber das ist zum Beispiel was, das braucht man nicht. Ich habe davon noch eine und zwar ist es, glaube ich, Apfelzimt. Die sind jetzt auch nicht super, duper intensiv, aber die nimmt man so ein bisschen wahr, ja. Und die habe ich dann in der Winterzeit auch gerne mit anderen Düften gemischt. Die habe ich auch noch unten, also ich glaube, so drei, vier Stück habe ich noch. Die habe ich jetzt nur nicht komplett aufgebraucht. Aber das Vanilla, das brauche ich nicht. So, dann habe ich von Balea Make-up fixierend ein Turr Perfection Erfrischungsspray 2 in 1, 2 in 1, erfrischt und mattiert. Also mattieren, hell for genau, ne. Das hat bei mir nicht mattiert. Aber sowas von null, ne. Es war okay. Es war okay. Also ich habe es mir gerne so zwei, drei Pumper aufs Gesicht aufgesprüht, bevor ich mein Make-up aufgetragen habe. Einfach, weil ich ja dann immer noch mal mit meinem Make-up-Ei hinterher gehe. Und ich finde, auf so einer etwas feuchten Basis lässt sich das Make-up einfach schöner einarbeiten in die Haut. Und an Tagen, wo ich jetzt nicht besonders gut aussehen wollte, ja, wo es mir jetzt nicht ganz so wichtig war, wenn ich zum Indoor-Playground gehe oder wenn ich einkaufen gehe, dann habe ich es auch nach dem Make-up-Auftragen verwendet. Schön großzügig, ja, noch so ein bisschen gefächert, dass es trocknet. Und, ha, also länger, länger schön aussehen lassen hat es mein Make-up, glaube ich, nicht. Und mattiert schon fünfmal nicht, ja. Es war okay, aber ich meine auch, dass ich noch ein Back-up hier habe. Ähm, ihr habt mir ja ganz, ganz viele Tipps gegeben zu Make-up-Setting-Sprays. Die werde ich mir auch angucken, also jetzt nicht alle, aber die, an die ich mich noch erinnern kann. Und, ähm, ja, werde dann da mal schauen, ob ich fündig werde. Das ist jetzt ein Produkt, das kriege ich hier in Amerika ja sowieso nicht, ja. Aber ich kann euch eben sagen, bei mir hat es nicht mattiert. Mein Make-up hat dadurch nicht super besonders ausgesehen. Es war okay. Dann ein Duschgel habe ich aufgebraucht. Das hat Ewigkeiten gedauert, und zwar von Dresdner Essence Ruhe und Wohlbefinden. Das war eine Limited Edition. Auch das war ein Schätzchen, was ich Ewigkeiten in meiner Back-up-Sammlung hatte. Hatte ich damals von der lieben, ich meine von dir, Sarah Mäuschen, äh, Woodgreen 106, geschenkt bekommen, wie ich, glaube ich, das zweite Mal in Deutschland war. Ja, und, ja, es war ein schöner Duft. Was mir aber, äh, nicht gefallen hat, war die Verpackung, ja. Ich habe drücken müssen, wie so ein Ochse, dass da überhaupt Produkt rauskam. Mir ist mehrere Male die Pulle aus der Hand geflogen, ja, gegen die Glasscheibe. Und der Duft war angenehm, hat meine Haut nicht ausgetrocknet. Ist jetzt aber nichts, wo ich sage, brauche ich nochmal. War aber okay. Und, ja, so, dann von Bior, ein Backpulver, Porenreinigendes Waschgel mit Backpulver. Genau. Das war ein Produkt, das hatte ich sehr, sehr lange in der Dusche stehen, weil man davon nicht viel gebraucht hat. Fand ich aber spektakulär gut. Und bin sehr froh, dass ich da noch ein Back-up von habe. Ja, also ich habe mir das das erste Mal so durchgelesen. Bior, free your pores, also, ne, Porenreinigend, Backpulver, Porenfrei, äh, also hier reinigt die Poren und entfernt sanft Hautschüppchen. Und habe mir noch gedacht, boah, wie mag das riechen, weil Backpulver ist ja jetzt nicht so, ne, und habe es dann angefangen zu verwenden und muss sagen, ich habe den Duft geliebt, ja. Also es ist ein ganz, ganz sanfter, seifiger, schaumiger Duft irgendwie. Ähm, und es ist eine zarte Konsistenz, ja. Es ist wirklich ein Waschgel, wenn ihr das aus dem Pumper rausdrückt. Das sind jetzt keine kleinen Körnchen oder irgendwas drin. Aber es hat es wirklich geschafft, trockene Hautstellen in meinem Gesicht zu entfernen. Fand ich gut. Fand ich wirklich gut. Habe ich sehr gerne verwendet. Äh, zum Make-up entfernen allerdings überhaupt nicht, ja. Sondern wirklich, wenn ich kein Make-up drauf hatte und bin duschen gegangen und wollte dann einfach nur mal mein Gesicht sauber machen. Also wenn ich das in die Augen bekommen habe, holla die Waldfee, das hat gebrannt vom Allerfeinsten, sage ich euch. Meine Augen waren rot, ich habe kaum noch was gesehen. Hat Ewigkeiten gedauert, bis ich das rausbekommen habe. Und man hat ja unter der Dusche so eine Routine, ne, zack, schamponieren, zack, achseln sauber machen, zack. Fuzzi, fuzzy sauber machen. Und so habe ich es eben auch mit dem Ding, ne. Zack, in die Hände, schütt, 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 alles schön über die Augen. Natürlich, Mutti macht die Glubser auf, ja. Und ist dann eben halb erblindet. Aber es ist wirklich, wirklich gut. Also ich mag das Produkt. Reizt euch einfach nur nicht in die Augen und verwendet es wahrscheinlich nicht als, ähm, Make-up Entferner. Ja, dann von der General hatte ich ja hier dieses Sprühding zugeschickt bekommen, fand ich super, super toll. Der Duft war klasse, tolle Reinigung, egal ob Fettflecken, also hat wirklich alles wegbekommen. Mein Ofen wurde sauber, fand ich wirklich schön damit zu putzen. Wohnzimmer, Arbeitsoberflächen, Aluminium, Chrom, Edelstahl, Fliesen und Dielen steht hier hinten drauf. Und genau, also auf Glas habe ich es nicht verwendet, ja jetzt zum Beispiel an meiner Mikrowelle oder Fensterscheiben und so, das habe ich damit nicht gemacht. Aber alles andere konnte ich damit wirklich super gut reinigen, wurde sauber, das Haus hat angenehm gerochen. Könnt ihr euch anschauen. General ist ja sowieso so ein Duft, ja. Würde es das irgendwie als Badezusatz geben, wäre ich wahrscheinlich auch ganz vorne mit dabei, wenn ich in Deutschland leben würde. Und es würde bei mir hin und wieder immer mal im Einkaufskorb landen. Also ich mag den Duft, ich mag einfach dieses Frische. Sehr, sehr schön. So, dann, oh, Mutti war baden. Ja, ich habe gedacht, ich gönne mir mal. Und habe hier Liquid Yoga Restorative Bath, Bathsoak. Dieses Teilchen. Ich hatte von der lieben Kellerträppchen von meiner Jana-Maus, ist schon eine ganze Weile her, so ein Geschenkset geschenkt bekommen. Ja, da war das und eine Bodybutter und noch irgendwas, ja. Und, ja, so vor zwei, drei Wochen habe ich mir abends mal gedacht, ach komm, gehst du mal baden, haust es dir in die Badewanne rein. Und es war so ein schöner Eukalyptus, Minze, bisschen, nee, 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 nur Eukalyptus und Minze. Also wirklich sehr angenehm, ja. Ja, hat jetzt nicht geschäumt in der Badewanne, muss aber auch sagen, das habe ich an dem Abend gar nicht gebraucht. Ich wollte einfach so ein bisschen die Wärme an meinem Körper, ja, so ein bisschen zum Runterkommen, zum Entspannen und Chillen. Hat es wirklich sehr, sehr gut getan. Bin aus dem Badewasser raus, habe mich nicht mal eingecremt, weil ich so müde war. Ich wollte wirklich nur noch ins Bett, habe mich angezogen und habe dann im Bett diesen Duft wahrgenommen, ja. Das war so schön. Ich habe geschlafen wie ein Baby, wo es diese Marke allerdings gibt, äh, Mio Fit Skin for Life, kann ich euch nicht sagen. Ja, na, Mäuschen, wo hast du das damals hergehabt? Fand ich gut. Ja, dann habe ich von meinem Zahnarzt eine Zahnpasta empfohlen bekommen, also Sensodyne verwende ich ja eigentlich schon immer, ja, weil ich ja sehr, sehr schmerzempfindliche Zähne habe. Aber es gibt jetzt anscheinend eine neue und zwar ist es die grüne, diese Fresh Mint und die werde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen. Ich mag die normale Sensodyne, aber hier hat man einfach nochmal diesen Uftala-Frische-Kick im Mund, ja. Ja, was ich finde, hat man bei der normalen Sensodyne nicht. Fand ich sehr, sehr angenehm, auch hier wieder, ja. Ich hatte sofort diesen, äh, Effekt bei Kälte und bei Hitze. Also ich merke das sofort, wenn ich meine Zahnpasten wechsle, ob ich, ähm, Sensodyne verwende oder nicht, weil man dann einfach beim Eis essen, beim Kaffee trinken, ja, immer so, ja, es zieht einem alles zusammen und man wird wieder zur Jungfrau, innerlich, ne. Aber Sensodyne Fresh Mint, diese grüne, wollte ich euch mal zeigen, ich weiß nicht, ob sie in Deutschland gibt, ich denke mal schon, hat mein Zahnarzt gesagt, das ist eine neue Zahncreme, ja. Also ich habe die vorher auch noch nicht gesehen und wenn ich jetzt das nächste Mal einkaufen gehe, weil ich habe jetzt gerade noch zwei in Verwendung, mh, dann werde ich die mir auf jeden Fall mal nachholen. So, eine Mascara ist leer gegangen und zwar Essence Lash Princess, also ihr seht lila, aber grüner Deckel, weil ich die einfach getauscht habe, ja. Ja, ich mochte diesen Deckel von der lilanen, also dieses Bürstchen zum Wimperntuschen, mochte ich einfach nicht, habe dann also von einer grünen, die dann leer war, da den Deckel genommen und habe den dann hier in die Mascara rein, weil ich mir gedacht habe, von der Mascara her ist es ja bestimmt gleich. Ne? Ja, manchmal denke ich so ein bis zwei Schritte. War gut, war, ich liebe diese Mascara, ich bin heilfroh, dass dieses Ding nicht aus dem Sortiment geht, ja. Das ist ja hier dieses Bäumchen, Bürstchen, was schmal vorne zuläuft, finde ich grandios. Die nächste ist hier schon wieder in Verwendung, auch die geht demnächst leer, habe ich eigentlich ständig in Verwendung, ja. Also selbst an Tagen mittlerweile, wo ich jetzt so gar kein Make-up trage, so ein bisschen Mascara zumindest mache ich mir auf die Augen, weil ich einfach finde, dass dann das Gesicht nochmal einen ganz anderen Ausdruck hat, ja. Tolle Mascara, die bei mir nicht krümelt, die schön Volumen gibt, schön Länge, schwarz, stempelt bei mir nicht ab, kann man sich anschauen. Braucht man, also ich brauche sie, ich brauche sie. So, dann habe ich, äh, eine Haarfarbe aufgebraucht, ähm, das ist aber gar nicht die, die ich jetzt auf dem Kopf habe, warum habe ich die denn dann überhaupt da rein? Auf jeden Fall von Garnier war das Coco Bean 43 Dark Golden Brown und jetzt habe ich, oder warst du das? Kommt das hin? Ich weiß es gar nicht. Naja, ich mag auf jeden Fall von Garnier diese, ähm, Haarfärbeprodukte, ja. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die Farbe ist, die ich mir... Nee, ich habe momentan Darkest Coolest Brown, so irgendwas. Und da ist Dark Golden Brown. Es ist ja auch egal. Es geht um das Produkt und das Produkt ist sehr, sehr gut. Ähm, auch die Haarfarbe, die ich jetzt drin habe, war von Garnier und die werde ich mir auch wieder nachkaufen. Wobei ich jetzt so ein bisschen Probleme habe, mich, äh, dran zu erinnern, was für eine Haarfarbe das war. Aber ich bin mir relativ sicher, wenn ich dann vorm Regal stehe, ja, jetzt anfangen zu klingeln und, äh, ah, das warst du, die nehme ich mit. Weil ich meine, dass das die Haarfarbe war, die ich davor drauf hatte. Und da viele von euch gefragt hatten, was für eine Farbe das ist, habe ich, glaube ich, die Verpackung aufbewahrt. Ja. Also sollte es euch noch interessieren, was ich vor ungefähr sechs, sieben Videos auf den Haaren hatte, das war die. Dann habe ich einen Tee geleert. Ich trinke momentan sehr, sehr gerne Tee und das war japanisches Kirschblütenfest von Teekanne. Ein sehr, sehr angenehmer Tee. Ich weiß nicht, was ich da jetzt dazu dichten wollte. Nein, es war wirklich ein sehr fruchtiger Tee. Mehr kann ich nicht sagen. Also ich habe ihn sehr, sehr gerne getrunken. Ich kann euch nicht sagen, fruchtig süß, weil, äh, bei mir kommt da immer Zucker mit rein. Ich weiß, dass es viele YouTuber gibt, die trinken Tee ohne Zucker und sagen dann, oh ja, der ist süß und der ist süß genug und, äh, hell no, hell no, I need some sugar in this bitch. Also das kann ich nicht. Also das kann ich nicht. Ich kann keinen Tee ohne Zucker trinken, aber mit Zucker war der wirklich sehr, sehr lecker. Habe ich innerhalb, ich glaube von Jahr in der Woche oder so, hatte ich den leer gemacht. Hatte da noch bestimmt zwölf Stück drin. Ja, also, habe ich jetzt auch eine ganze Weile zu Hause gehabt, weil ich ja auch eine große Tee, nicht Sammlung, aber einen großen Teevorrat habe. Und habe gedacht, komm, jetzt, jetzt ziehst du mal durch hier und kriegst mal ein paar Verpackungen leer. Und habe mit dem dann angefangen und habe gedacht, oh, der ist ja aber lecker. Oh, der ist ja aber lecker. Den kann man schnabulieren. Und habe mir dann halt jeden Tag einen Tee gemacht. Manchmal auch zwei. So, dann von Max Factor, Velvet, äh, Velvet, genau, Velvet Volume False Lash Effect Mascara. Das ist dieses Moped und das fand ich so schrottig, weil da einfach mal so gar nichts passiert ist. Das ist ein Gummibürstchen. Ähm, und ich habe erst gedacht, dass das Produkt vielleicht ausgetrocknet wäre, weil ich es schon sehr, sehr lange in meiner Sammlung hatte. Äh, und dann habt ihr aber geschrieben, oder viele von euch, nee, Sandra, die ist so. Ja, also, ich habe mir die auch gekauft und die war trocken und die hat bei mir nichts gemacht. Und dann habe ich sie entsorgt, weil ich mir gedacht habe, ja gut, wenn sie nichts macht, dann brauche ich sie auch nicht hier auf meinem Schminktisch. Ne, also, das ist die. Fand ich nicht die gut. So, dann von Kneipp Cremedusche, spürbar sanft, Baumwollmilch und Karitéöl. Fand ich sehr angenehm. Fand ich super angenehm vom Duft her, also wirklich sehr mild, sauber, frische Wäscheduft. Fand ich gut von der Pflege. Bei mir hat da nichts gespannt und gejuckt und hat schön geschäumt unter der Dusche. Und ich muss auch sagen, ich habe sie dann eine ganze Zeit lang als Handseife verwendet, gerade so in dem Umzug, ja, in between, weil ich da jetzt nicht noch eine Handseife kaufen wollte. Da habe ich gedacht, ach komm, du hast so viel Duschgel, Hauptsache die Finger sauber. Da haben wir diese dann auch eine ganze Zeit lang als Handseife verwendet. Sie war jetzt nicht glitschig, ja, sie hat die Hände sauber gemacht. War also alles toll. Kann man sich auch mal anschauen. Wobei Kneipp ist ja doch schon ein bisschen teurer. Das wollen dann viele nicht ausgeben. Aber für die, die so einen frischen Wäscheduft haben möchten, vielleicht auch so eine leichte Spur von Nivea. Ja, deswegen mag ich das Scheißerchen wahrscheinlich so gerne. War schön. Da wir es gerade von Nivea haben, ja, ich muss nicht mehr viel zu sagen, mit einer der besten Bodylotions in der Drogerie. Also jetzt, wie ich ja Rituals kenne und ich liebe ja auch Bath & Body Works, ja. Aber aus der Drogerie liebe ich einfach diese Nivea-Creme, mein Mann auch. Wir finden den Duft toll, wir finden die Pflege toll. Ich mag es mich, nach dem Duschen damit sofort einzucremen, anzuziehen, so dass die Kleider eben auch den Duft annehmen. Oh, da hängt noch ein bisschen was dran. Oh, es ist dieser Nivea-Duft mit so einer nussigen Unternote, ja. Weil das ist ja die mit Shea-Butter. 400 Milliliter. Ich kann euch sagen, wir haben noch zwei weitere aufgebraucht. Die habe ich jetzt einfach nur nicht in der Tonne drin gehabt, weil ich ja so, so viele Backups hatte, dass mein Mann eben jetzt auch diese Creme immer mitverwendet, ja. Und er hat sehr, sehr trockene Haut, sagt aber, dass sie sehr pflegend ist, aber nicht zu reichhaltig, so dass sie nicht in die Haut einzieht, so dass man überall Fingertaps dahinter lässt. Also ich finde die wirklich schön. Wobei ich sagen muss, dass die den Duft verändert haben, ja. Er war nochmal schöner, bevor Nivea da irgendwelche Fetts im Kopf gekriegt hat, ja. Da die so Nacksen rausgebollert sind und er ist schön, der Duft, aber ich favorisiere die Nivea Body Lotion, die es noch vor zwei Jahren gab, ja. Würde mir die aber auch jederzeit wieder nachkaufen, weil ich sie einfach sehr, sehr angenehm finde, auch auf der Haut. So, ja. Dann, ich hatte ja mal einen Darm und zum guten Glück hat Mama in ein Päckchen einen Tee rein, weil der hat mir sehr geholfen und meiner Rosette auch. Das Gesunde Plus, Verdauungstee. Okay, Leute, ich kann euch sagen, wenn ihr Probleme mit Magen und Darm habt, ja. Also bei mir war es ja der Flitzi, ne. So, dass ich, also es ist ja gar nichts drin geblieben. In dem letzten Video haben ja auch viele gesagt, boah, Mutti, du musst mal was essen, du siehst so mager aus. Leute, es sind die Organe mit rausgekommen, ja. Natürlich habe ich da ein bisschen Gewicht verloren. Das war Magen und Darm vom Allerfeinsten. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Ich habe Wasser getrunken und so wie ich es getrunken habe, kam es wieder raus, ja. Aus welchen Öffnungen es, ihr könnt es euch aussuchen. Und daraufhin haben einfach ein paar geschrieben, oh, du siehst so mager aus. Na. Herr und na. Alles gut, ne. Aber dieser Verdauungstee hat mir geholfen, so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich dieses Magen-Darm nicht noch weitergezogen habe, ja. Er schmeckt sehr kräuterisch, so ein bisschen, also ich muss sagen, er hat so geschmeckt, wie Vigvapurub riecht. Macht das Sinn für euch? Ja, ne. Also wenn ihr euren Zinken in einen Vigvapurub-Pott haltet, dann riecht es ja so extrem eukalyptisch. Und so hat das geschmeckt. Also ich fand es angenehm. Natürlich auch wieder mit schönem Zucker, ne. Was man beim Magen-Darm wahrscheinlich jetzt nicht so machen soll, aber ansonsten, ich kriege es einfach nicht runter. Fand ich gut. Ich meine, dass ich sogar noch ein Backup habe. Also so ein Paket. Boah, Leute. Kerzen habe ich aufgebraucht. Was eine geile Scheiße. Oh. Also ich bin ja momentan wieder auf diesem Kerzentrip, ne. Ich darf es ja gar nicht sagen. Also ich war gestern bei Walmart gestanden mit kleinen Mäuschen, überall schön den Riechkolben rangehalten und vor allem, Lauren ist ja dann auch der Knaller, ne. Ich mache das alles auf und stelle es wieder rein. Jetzt hoppt Lauren im Wagen und sie will auch riechen. Und dann sitzt sie da. Oh, Mama. Ja, fein, fein. Und dann war eins dabei, was ich jetzt nicht so gut fand. Das macht sie auf, hängt die Nase ran. Öh, sticky. Ja, auf jeden Fall bin ich momentan wieder extrem auf dem Kerzentrip. Ja. Und ich hatte mir vor einer Weile Yankee Candles, diese Melts, geholt. Und das war Enchanted Moon. Also da stand auch Neu dran. Und da waren sechs von diesen Bömmelgästers da drin. Haben, glaube ich, 3,98 Dollar gekostet. Und boah! Oh Gott! Wie geil! So ein schöner, warmer, kuscheliger, bisschen männlicher Duft. Das ist so ein... Man möchte den ganzen Tag auf der Couch abhängen und möchte Disney-Filme schauen. Wäre schön, wenn zwischendurch mal jemand vorbeikommt und einem einfach das Essen so vorne vor die Couch legt. Ja, so auf die Couch mit drauf. So ein richtiger Wohlfühl-Kuschel-Duft. Brauche ich. Brauche ich definitiv nochmal. Ob jetzt gleich, weiß ich nicht, weil es gibt ja jetzt gerade diese Frühlings-Sommer-Düfte. Ja. Aber Enchanted Moon, Yankee Candles, Uftala, kann ich da nur sagen. So. Dann eine Handcreme. Auch die ist euch wahrscheinlich ein Begriff, wenn ihr meine Videos regelmäßig schaut. Und zwar von Dallin D'Oleve. Cream Intensive. Ganz, ganz tolle, sehr, sehr reichhaltige, sehr gut duftende Creme. Also das ist für mich eine Creme, die kann ich jetzt nicht so in between auf die Finger und dann zack an den Kühlschrank, weil ihr werdet definitiv Fingerabdrücke an eurem Kühlschrank haben. Und wir haben einen Steele, silbernen Stahl. Das sieht man ja so, das sieht man ja alles drauf. Leute. Also sollte ich irgendwann mal ein Haus bauen. Ich weiß ganz genau, was ich nicht möchte. Ich möchte keine Steele Appliances, ja, also diese Stahldinger. Ich möchte keine Fußleisten. ich möchte Rollläden. Da können wir mal ein Video drüber machen. Wenn eine Mutti bauen sollte, was hat das Haus und was nicht? So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Was wollte ich euch jetzt sagen? Wer meldt? Ähm, nein. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Handcreme. Die könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen bei rauen, spröden, aufgerissenen Fingern. Hat die mir auf jeden Fall sehr geholfen. Aber ist jetzt halt nichts für den Tag über. Ne? Sondern abends, wenn ihr im Bett liegt, dann schön dick eincremt. Vielleicht auch noch ein paar Socken drüber oder Handschuhe oder so. Sodass das Ganze wirklich einziehen kann. Und dann der Duft. Der Duft ist natürlich auch fantastisch schön, wenn man auf Olibe steht. So, dann die beste Lippenpflege, die es auf dem Planeten Erde gilt. Ich weiß nicht, ob man erkennen kann, dass das Ding leer ist. Also ich habe es so dermaßen ausgedrückt und ausgequetscht, da geht nichts mehr. Nicht geht da. Ich versuche mal so hinzudrehen, dass ihr es noch ein bisschen lesen könnt. Plistex. vor allem mit P. Plistex, ja, dieses Teil. Egal ob bei trockenen Lippen, spröden Lippen, aufgerissenen Lippen, dieses Zeug ist thebomb.com. Schwöre ich seit Jahrzehnten darauf, habe ich dann, wie wir Deutschland verlassen haben, sehr, sehr lange gar nicht verwendet, weil ich es hier also in Amerika nicht gesehen habe, in Hawaii überhaupt nicht. Ähm, ja, und habe das dann im Walmart gesehen und habe mir gleich mal fünf Stück mitgenommen. Ja, deswegen, ich habe auch noch Backups, ja, das eine ist in der Handtasche, das andere ist im Auto, das andere ist im Nachtschrank. Blisstex ist für mich die beste Lippenpflege überhaupt. Und für was ich Blisstex auch gerne verwende, ist, wenn ich einen Lippenstift auftragen möchte, bei dem ich weiß, dass das sehr austrocknend ist, ja, oder dass er die Lippenfällchen sehr betont, nehme ich einfach ein bisschen von dem Blisstex, gebe mir das so ein bisschen auf die Lippen und dann den Lippenstift hinterher, so, dass es nicht unangenehm auf den Lippen wird, ja, also Blisstex und ich Buddies. Ja, dann was haben wir hier? Okay, da hat, das muss Schatzi reingeschmissen haben, das ist nämlich ein Produkt von Kleinmäuschen, also Canty Care for Kids, äh, nicht Canty, Cantu, Cantu Care for Kids Curling Cream, das ist die Haarreihe, die wir für Lauren verwenden und da haben wir alles, also da haben wir äh, Shampoo, diese Curling Cream, die man nach dem Waschen, ja, also, es, nein, erst kommt Shampoo, dann kommt Conditioner und dann werden ja die Haare getrocknet und dann kommt dieses Zeug rein und dann werden die Haare gekämmt, weil sie hat ja afroamerikanisches Haar, so, dass die Locken eben schön zur Geltung kommen und dieser Duft ist einfach so mega, mega schön, riecht nach Pinacolada, nach Ananas und nach Kokos, wobei das wahrscheinlich gar nicht drin ist, ah, Shea Butter, Coconut Oil und Honig, ja, also wieso ich da Ananas rieche, das weiß auch nur der Fuchs, haben wir auf jeden Fall schon wieder nachgekauft, weil dadurch ihre Haare so wunderschön fallen und, ähm, man kann Frisuren damit machen und sie sind glänzend glänzend und sie riechen schön und also Cantu finde ich eine tolle Marke. Hat aber Schatz hier reingeschmissen, nicht ich. So, dann ein weiterer Lippenpflegestift und zwar ist der von Douglas, das ist so klein geschrieben, dass ihr das wahrscheinlich nicht lesen könnt, aber ich wollte euch dieses Teilchen mal zeigen, ist super, super süß von der Aufmachung her, ja, mit Pappe und was denn da eigentlich drauf? Kleine Kätzchen, oh, da geht ja das Herbst auf. Schrott. Leute, Schrott. Also, wenn ihr, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, also wenn meine Lippen gut waren, hatte ich das Gefühl, ich mach das drauf und dann werden die Lippen schlecht. Und wenn die Lippen sowieso schon schlecht waren und hab mir das drauf gebollert, dann wurden die Lippen noch schlechter. Also das ist ein Produkt, das braucht keine Sau. Douglas, ne, hier, großer Kanal, nehmt meinen Rat an, nehmt das aus dem Sortiment, das braucht man nicht. Ja, dann habe ich eine Maske aufgebraucht. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich von dem Bruder, von meinem Mann, der war ja in Korea, hatte ich ja ganz, ganz viele Masken zum Geburtstag geschenkt bekommen und natürlich hab ich, dummes Kind, hier oben den Namen abgerissen. Es war auf jeden Fall die Manuka Honey Geruchsrichtung und, ähm, ja, wie ich euch damals diese Masken gezeigt habe, haben ganz, ganz viele von euch in den Kommentaren geschrieben, boah, Sandra, die kenne ich, die sind super, die habe ich auch zu Hause, die bestelle ich mir immer auf, keine Ahnung, Amazon oder so und habe jetzt mal hier mit dieser Manuka Honey Richtung angefangen. Es ist also eine Tuchmaske, ja, an der Maske an sich ist jetzt nichts besonders special. Ihr nehmt das Teil raus, ihr faltet das auf, ihr legt es drauf und ihr seht scheiße aus. So, und dann wartet ihr eben 10 bis 15 Minuten oder auch eine halbe Stunde. Was ich aber sagen muss, war, dass ich wirklich ein, eine Änderung meines Hautbilds gesehen habe, ja, also meine Haut war, sie sah total verfeinert aus, ja, total frisch und rosig. Meine kleinen Fältchen, die ich ja hier unten habe, die waren weg, also, ganz, ganz, ganz toll, muss ich sagen. Und, ich hatte hier unten noch so ein bisschen Flüssigkeit drin, die Flüssigkeit, in der eben dieses Tuch getränkt ist und hab dieses Teilchen nicht gleich weggeschmissen, sondern hab mir das dann einfach im Bad neben dran gelegt und hab dann so für zwei, drei Tage mir immer dieses Produkt dann noch unten rausgeholt und hab mir das so ein bisschen wie ein Serum, ja, so auf meine Haut aufgetragen, hab das dann ein paar Minuten einwirken lassen und bin dann mit meiner Gesichtspflege hinterher. Leute, das Zeug ist gut. Also, ich habe ja noch ganz, ganz viele andere Masken von dieser Reihe, die ich hier oben abgerissen habe. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Also, ich habe da wirklich einen Unterschied gesehen und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann kommt jetzt ein Produkt, ich war im Warm-Markt und habe Toilettenpapier gebraucht. Ja, wollte dazu also nicht in die Kommissary fahren, die hier 20, 25 Minuten entfernt ist und hab mir gedacht, komm, fährst du zu Warm-Markt, kaufst dir da Toilettenpapier. War also in der Reinigungsabteilung und laufe und kennt ihr das? Wie wenn, ja, wie soll ich denn das sagen? Also, wenn jemand an euch so die Handbremse zieht, ja, und ihr bleibt und dann nochmal einen kurzen Moment überlegt und, ja, was war das? Was war das? Und dann ist man ja so in seinem Rausch drin, ja, man sieht ja was und man wurde dann gerade gebremst von seinem eigenen Körper, dass man erst nochmal die Situation abchecken muss und zu gucken, was man da gerade gesehen hat, ja, Tatsache war, dass ich einen Badreiniger gefunden habe, der nach Kokos riecht. Take the lights, nach Kokos! Wow! Ich bin komplett abgedreht in dem Laden. Ich glaube, mein Mann war sehr froh, dass er an dem Tag nicht dabei gewesen ist, weil so wie ich das euch hier jetzt erzähle und wie ich hier schreie, stand ich, glaube ich, auch im Warm-Markt in der Saubermach-Abteilung, ja, so, wow! Kokos! Ich reinige meine Toilette mit Kokos! Braucht keine Sau! Braucht keine Sau! Aber wir Frauen, wir reagieren einfach auf gewisse Dinge und, ja, hier, Chlorox! Badezimmerreiniger mit Kokosduft! Fand ich geil! Ja, braucht man, kann man nicht ohne mit leben und ich wusste auch nicht, wie ich die letzten 34 Jahre damit ohne gelebt habe. Damit ohne? Ohne damit gelebt habe. Ja. Ist leer. Ist scheiße. Ja. Ist einfach mal kacke. Also erstens stinktes Zeug, ja, das hat mit Kokos überhaupt nichts zu tun, sondern eher was mit Kotzkotz. Äh, ist kacke, hat nicht sauber gemacht, ja. Was denn das? Was denn das? Meine ganze Euphorie, Euphorie? Meine Euphorie? Meine ganze Euphorie für den Arsch. Solltet ihr also dieses Teil in Deutschland sehen, ich weiß nicht, ob es das bei euch in Deutschland gibt, solltet ihr in Amerika sein, ja, und ihr rennt durch den Walmart und seht dieses Ding und bei euch gehen genauso die Alarmglocken an wie bei mir, kauft es euch nicht. Also ich bin ja so krank. Hätte es wenigstens gut gerochen, ja, nach Kokos, so wie ich mir das vorgestellt habe und hätte trotzdem nicht sauber gemacht, hätte ich es mir wahrscheinlich sogar nochmal nachgekauft, einfach weil ich den Kokosduft so geil finde. Aber, Kokotz, also Kotzkotzduft und nicht reinigen, braucht man nicht nochmal, ne, just a lot. So, und dann habe ich noch ein Produkt und zwar von Nivea. Habt ihr auch schon mehrere Male bei mir gesehen. Ihr wisst es, ich liebe von Nivea das Körperpeeling. Finde ich auch weiterhin grandios schön, die deutsche Variante. Ich mag den Duft ganz, ganz klasse. Das Peeling ist okay, ja, also da bin ich an dem Punkt, wo ich sage, I'm stepping back, ja, weil ich jetzt einfach Rituals kenne und Bath & Body Works und das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer wie hier so ein Druckerieprodukt. Ähm, es peelt die Haut, ja, aber nicht zu dem Level, wie ich es gerne hätte. Ich habe noch zwei oder drei Backups, weil ihr habt mich ja damals sehr, sehr großzügig damit versorgt. Der Duft ist, ach, er ist schön. Er ist so schön. Oh, ähm, ne, wäre für mich kein Nachkaufprodukt mehr. Da kann ich den Duft noch so schön finden. Es ist ein Peeling und bei Peeling, da mag ich es rough, ja, da muss es mir die erste Hautschicht runterziehen und dann ist es für mich ein Peeling und dann finde ich es gut und das macht dieses Ding einfach nicht. Es hat bei Weitem mehr Peeling, Körnchen, Peeling, Partikel, wie jetzt ein Balea-Produkt oder so, aber trotzdem nicht zu dem Level, dass ich sage, brauche ich nochmal. Ja. Und deswegen keine Kaufempfehlung mehr von mir. So, meine Lieben, der Eimer ist leer. Echt? Sind wir über eine Stunde dabei? No shit? Mehr habe ich nicht, Leute. Nö. Der Concealer hier, der geht demnächst leer. Der Lidschatten, der geht demnächst leer. Ne, das zeige ich euch aber im nächsten Video. Das war's. Mehr kann ich euch nicht erzählen. Ich hätte gedacht, wir sind heute länger dabei. Aber, so kann man sich täuschen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Es ist definitiv ein XXL-Video. Ja, also ihr dürft nicht schimpfen. Ihr dürft über die Jeansjacke, über die fehlende Jeansjacke, dürft ihr meckern. Aber wie gesagt, ich wollte heute eben einfach, ne, mir gefällt das Outfit. Diese Kette hier und diese Ohrringe habe ich mir übrigens 2017 in Deutschland bei DM gekauft. Rose Gold. Ja, deswegen hier heute auch meine Michael Kors Uhr. Ist schick, ne? Ja, kann man, kann man anziehen. So, ja, was mache ich jetzt? Ja, ich denke, ich werde jetzt erstmal das Video rüberziehen und werde dann anfangen zu bearbeiten. Online kriege ich es heute wahrscheinlich nicht mehr. Dann seht ihr es aber morgen früh. Wobei bei euch ist es ja sowieso schon spät und, ähm, ja. Fällt euch eigentlich was auf? Die neuen Schätzleins, die denken sich jetzt auch, Alter, die einen am Schrupper. Was säuft die? Was raucht die? Also, meine Leute, die wissen auch, was ich, äh, die, die schon länger dabei sind. Ja, für die neuen Schätzleins, herzlich willkommen. Ich bin ein bisschen durch, ja, aber man gewöhnt sich dran, gebt mir zwei, drei Videos und glaubt mir, ich bin dann gar nicht mehr so, so schlimm. ich wollte eigentlich auf meine Beißerchen andeuten, weil, seht ihr, die sind gar nicht mehr so krumm, ne? Ja, sie sind noch krumm, aber nicht mehr so krumm, wie sie mal waren. Also, ich trage natürlich ganz fleißig meine, ja, mein Gebiss liegt hier. Ich hab's natürlich fürs Video raus. Ähm, aber findet ihr nicht auch, dass sich da schon was tut? Doch, also, ich find schon. Geil! So, Leute, bevor ich euch jetzt hier, äh, mit irgendwelcher, irgendwelcher, irgend, irgendwelcher unnötiger Kacke zu baller, noch mehr, wie sowieso schon in der letzten Stunde, lasse ich euch gehen, ja? Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und, ja, wünsche euch in diesem Sinne einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Ciao!